Sagt Brock wir holen ihn uns Sagt mir doch einfach selbst Du bist erledigt Brock Verenden wir es Icarus scheint Kontrolle über die Stäbe zu haben Bleibt nur noch Brock Na los Den Helmeransatz Davor Auf der Erde ist es mir ja schon wieder früh Lieber da rumzuschießen Haben wir schon wieder 12 Uhr Und wo ist meine Uhr Also Man weiß ja nie wo der andere nicht Hinschaut zu dem Zeitpunkt Und 12 Uhr ist einfach Für mich Geradeaus fahre raus Okay Also Es ist Es ist Call of Duty besser gelöten Auch da Aber der Zug ist definitiv geil Jetzt geht er auf da Vorbereitet erschissen Die erste Messer Aber Scheiße das war knapp Bei der Ladung in Deckung Oh Gott Oh Gott Nein, ich mag da noch nicht um mich Ungeschütztes Ziel, ja Das verstehe ich da drunter Sehr schön, machen wir Oh Gott Deckung, das ist mein Zlerber Ja, ihr läuft ja wieder geradeaus Oh Gott Da was zum Treffer, das ist so grausam Gehen wir lieber ein bisschen weiter Nein Sie müssen auf dem Zug bleiben Ich denke da noch mal ein Haken dran Ah, kack jetzt leid das Handy wieder Natürlich klasse Äh, ah Krobaten Gibt's doch nicht, oder? Gibt's doch nicht Seine Check, das Handy stumm Bevor das wieder bümmelt Oh Gott Ich geh jetzt gleich wieder drauf Ich sag's eigentlich Gell, das ist jetzt einfach irgendwie Nicht ganz so mein Geschmack Naja, aber egal Wem's gefolgt, gell? Der soll's auch spielen Oh Gott, und das zieht sich einfach so ewig Macht's einfach hier irgendwann auch keinen Spaß mehr Wenn's immer das gleich ist Wie in diesem Fall Wir dürfen nichts riskieren, Logan Auch wenn wir versagen Stirb, Brock Okay, drei, zwei, eins Okay, drei, zwei, eins Dies hat der Kopf noch skimm Au, 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 au Weg damit Jetzt Du hast verloren, Rock Es ist vorbei Schachmatt Schachmatt bestätigt Was, was war das? Was hast du getan? Game over, Rock Es ist vorbei Schatz Oh Gott, jetzt wird's spannend Ich bin jetzt da schon am Fingernidle kauen Wo ist der Typ, wo ist der Typ, wo ist der Rock? Ja, wenn ihr Rock immer da hat Oh Gott Nein, warst du klar Es kommt immer das gleiche raus Oh Gott Und jetzt kann Wasser rein Ich mag voll schon ein bisschen nisch, ey, Alter. Traurig. Oh Gott, ey. Jetzt geht uns gleich das Wasser aus. Ey, ich meine, jetzt sehe ich Luft, geht uns aus. Ich sehe den Stall da. Nein, den gibt es ja noch. Okay, das kriege ich noch zusammen. Rechts. Linke und die rechte Maustaste. So muss das sein. Wo hole ich gern? Alter, das schaut ja mal richtig fett aus da. Mami. So, jetzt kann ich gleich der zweite Teil von die Ghosts kommen. Haha. Nein, ist echt... Ja, ich wollte es nicht ganz mal spielen, aber war definitiv spielbar. Was ich möchte sagen, also, ich habe meinen Spaßdruck gehabt. Ich hoffe ja, und wir werden sehen, ja. Ja. Was eben mich ein bisschen aufregt, dass das ein Spiel von Infinity Ward war. Und, ähm, ja, es war halt... Die haben so meine ersten, zweiten, dritten... Also, die haben so meine Lieblings Call of Duty Titel rausgebracht. Und, ja, das hat mir jetzt definitiv nicht sogar gefallen. Jetzt bin ich am hoffen. Wie so, etwa ein Storfer wert. Man wird sehen, hoffe ich mal. Also, ich habe sowas, also, ich erwarte dann immer sowas wie Call of Duty 1 oder Call of Duty 2. Super Kampagne und sowas. Und, ähm, eine lange Kampagne, wo es dann mal zwei Wochen noch nicht spielst. Ähm, naja, nicht, wenn es der 24-Stadt durchspielst, dann schaust du das einmal vor Wochenende, ich sage jetzt nicht mehr nix sehen, wie ich das rausgebracht habe. Oh, so als, ähm, normaler Spieler. Ja, da ist dann immer so. Ähm, ja, das geht dann immer weiter, aber man kommt irgendwie ewig lang nicht zum Ende. Nein! Gibt's doch nicht. Nein, gibt's nicht. Gibt's nicht. Nein? Wie? Das kann's nicht geben. Verdammt, Alter, zwei, grad so schön am Ende. Du hättest einen großartigen Ghost abgegeben. Aber das wird nicht passieren. Es wird keine Ghosts mehr geben. Mary King. Oh, nein. Oh, Gott. Wie kann's den Dino-Game? Scheiß Ende. Jetzt hat's mir jetzt. Scheiß empfiehlt. Also sowas. Jetzt kommt ein zweiter Teil von denen. Hundertprozentig. Oh, Gott. Das gibt's doch nicht. Boah, ich halte mir jetzt echt gerade einen Kopf. aha. Okay. Es gibt hundertprozentig noch einen zweiten Ghost-Teil. Warum muss es immer mehr Teile vor dem Grundspiel geben? sagen wir vor einem relativ Grundspiel. Oh, Gott. Oh, Gott. Leute, ich bin fertig. Jetzt denken wir, ich will, ja, endlich ist es ein bisschen vernichtet. Und dann am Ende. Ah, das ist wieder sowas wie, was war's denn? MV1s, MV2s, 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 genau. ähm, ich würde mich sehr über Kommentare und Likes freuen. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Spiel wieder. Was ich aber noch nicht weiß, was es wird. haha. Aber ich habe jetzt noch genügend Zeit. Ich habe jetzt ein bisschen vorpräduziert. haha. und dann werden wir das irgendwie machen. Genau. Okay, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und bis dann.